Du kannst ja wohl machen, wenn es weiter geht. Ist die Arbeit dann das Vergnügen, ja? Bitte. Hier, vorwärts, 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 ja? Leben vom Land. Was ist das für eine Passenake ist? Schnapp dir eine Angel und verkaufe deine Ausbeute. Mit Angeln kannst du immer dein Konto etwas aufbessern, wenn du gerade sonst nichts zu tun hast. Die Distanz von deinem Köder zum Land entscheide darüber, welche Art von Fisch dir an die Angel geht. Ich gehe Minen, weil die Geister heute sehr gut drauf sind. Aber auch der Ort, das Wetter, wie auch die Jahres- und Tageszeit. Gesundheit. Das klingt ja süß. Ich habe übrigens meine, meine... Sehr glückliche Geister, ja. Meine Giefka natürlich hier in Stingens rein, die könnt ihr auch nehmen, da müsst ihr nicht ständig zu sehen. Im Wogen soll es regnen. Papa hat 500 geschickt und ich habe die besondere Passenake geerntet und die war gar nicht besonders. Ich habe auch 500 bekommen. Die wurde bloß schnell beendet vielleicht einfach. Okay, das stimmt, dass übrigens die Trommeln auch. Ja, ist mir keiner vorbeigelaufen, haben wir nicht gemerkt. Ich glaube, das hier musst du mit der Sense machen, oder? Ja. Ich muss mir noch was zu fressen mitnehmen. Fressen? Das ist ein grosses Drücke hier. Für die Mine war ich ja ansonsten zu schnell wieder... Dich verkaufen wir mal. E-mal Quarz brauche ich noch. Da passt mir noch eins hin. Guck mal, wir haben jetzt 2600, du kannst jetzt deine Angeln holen. Ja, ich will aber noch meine Sachen verkaufen, die ich gerade geerntet habe. Und wir konnten noch ein paar Passenaken kaufen. Das ist noch... Wir haben Platz auf dem Feld und das ist noch Zeit. Hallo Ben, so lange her, ich habe auch 500 bekommen, seit ich von dir gehört habe. Mein Schatz, hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mama. Pels, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. Ich habe mir mal die Kartoffeln geklaut, wenn ich was zu essen habe. Also die schlechten. Also die normalen. Hast du jetzt schon Grünkohl aufgehoben? Oder brauchst du die Kartoffeln zum Widerpflanzen? Hast du Grünkohl aufgehoben? Ja. So wird sie wieder überfordert. Grünkohl kann weg. So, ich gehe jetzt mal an den Kaufen. Angegen, 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 Angegen. Oh, grünkohl, Gold. Na ja, ach, schleppe ich es halt mit. Grünkohl, Gold? Den Gold nennen? Den... Oh, gar. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich schleppe ihn mit, ich bringe dann wieder. Hoppalapalama, 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 hoppaloma, loma, 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 loma. Hm, das ist klar. Das ist zum Henker, es geht bei dir. Ich brauche wilder Meerrettich, um es auf meinem schmerzenden Kopf zu reiben. Du brauchst was ganz anderes. Bitte komm so schnell wie möglich damit vorbei, Jodi. Jodi möchte wilden Meerrettich für 150 haben bei mir. Ach, scheiße, ich habe verfeinerten Koffeln genommen. Gibt's ihr. Was will ich denn damit? Ich habe aber keinen wilden Meerrettich dabei, ich muss immer gucken, wo Jodi ist später. Die Lohmann-Reparatur, wenn wir die Dingens abschließen, ist geil. Die Wasserspiele brauche ich noch, Solar-Essens und die Schatten-Essens, okay. So, sag mal, wenn du, wenn du, na, wobei ich gehe jetzt in die Mine. Was sind die Geister heute? Bei mir waren sie glücklich. Sehr glücklich. Bei mir auch sehr glücklich. Dann wird es Zeit in die Mine zu gehen. Hab jetzt die Schnauze zu holen. Brauchst du aber noch kurz? Nee. Dann können wir zusammen sein, ne doch. Ich laufe doch jetzt hin, ich meine, du kannst mich ja einholen. Ja, ich hole dich, überholt dich, dicker. Äh. So, ich habe meine neue Angekauft. Und hol dir vor allem noch vor die Zwille. Bitte was? Die Zwille. Was ist denn eine Zwille? Eine Schneider halt. Achso, ja, ja. Forellenbarsch willb hier von mir. Haben wir schon Forellenbarsche? Bestimmt. Das denke ich immer ziemlich. Hast du dir was zu essen mitgenommen? Letzte Woche habe ich bei meinem Partner nichts über mich stehen gehabt und habe nichts dazu gemacht und hatte sechs Zuschauer. Und jetzt habe ich sie aufgemöbelt auf einen von Vence Rad. Was, du hast dich aufgemöbelt? Ich habe, ich habe, ich habe Twitch aufgemöbelt, ich habe nette Sachen hingeschrieben und jetzt kommt keiner mehr. Äh. Äh. Ich bin jetzt um die Lumina nicht mehr gespannt. Äh. Ja, die ist blau. Ja. Oh, Ninos. Ey. Also beim Bekämpfchen verliert man schon mal keine Energie. Nee, tut man auch nicht. Tut doch nicht so, ja. Ich habe einen Hering mit 30, 10 mehr Länge gefangen, jawoll. Also farm jetzt heute niemand lassen wir die 1200 einfach verkommen, ja. Ich kann noch was mitnehmen, gleich. Alles gut, ich wollte nur schon mal meine Ange ausprobieren. Unbedingt, dass das schwer ist. Schleuder. Schleuder, billig für 700. Goll. Die Schleuder finde ich irgendwie gar nicht so sinnvoll, weil ich bin nie genutzt. So cool, wir sind ja schon im Eisteil, ne? Neues. Hast du gut gemacht. Ah, du kennst da unten schon. Geht's da noch nicht weiter runter? Äh, ich hab bisher eigentlich erstmal versucht die Monster zu besiegen, weil wir diese Flügel auch brauchen. Für was brauchen wir denn die Flügel? Äh, für die Augenschaft, äh, für die Lore dann, damit wir nicht mehr nach oben laufen müssen. Ha, nein. Ja, zum Fertigbauen brauchst du die ganzen Monster Quatsch, Gedöns. Schleim, zum Beispiel. Gemeindehaus. 99 Schleim und irgendwie 40 Flügel oder sowas. Ja. Und dann noch halt die Solaressenz und so. Aber ich hab auch schon welche aufgehoben, also. Ja, ja, aber ich glaub nicht so viel. In der roten Kiste? Ja. Hast du dir reingetan? Man kann ja sein, dass du deine Kiste tust. Ne, ne, ne. Ist man ja bei dir nicht. Ach, die Dinger sind so nervig. Ja, ob die Waffen sind aber klein. Die müssen sowieso auch. Wenn wir von denen ganz viele besiegen, ähm, dann kriegen wir auch bei diesem Wildplan, in diesem Club, da müssen wir auch eine bestimmte Anzahl von Sachen besiegen, um dann extra Sachen zu bekommen. Meine blöde Frage, Lumi. Ja. Du bist eigentlich regelmäßig nach deinen gepflanzten Dingen, also hier nach dem Harzzeug. Immer mal wieder, laufe ich dran vorbei, aber. Okay. Das ist irgendwie unregelmäßig. Ich hab die alle am gleichen Tag dran gemacht, aber die. Geben unregelmäßig. Wir sind hier gerade in Dungeon. Hier sind nur diese. Aber das ist voll gut, weil du gerade von diesen Kohledingern musst du irgendwie ganz, ganz viele machen für diesen Adventaclub. So, was bis zum 28. Hast du gesagt, geht's nur, ja? Also vier Wochen. Sprich, ich hab ja nur sechs Tage, also eher fünf, sicherheitshalber. Benni, hast du dir jetzt eigentlich von den Schuhe geholt? Nö, noch nicht. Hab ich nicht gebraucht, bisher. Und er hat sich auch noch nicht das bessere Schwert geholt, damit ich das verwenden kann. Deswegen renne ich hier immer noch mit dem Rostick durch. Geh doch schnell raus, oder geh doch dann raus, wenn wir in Stufe, was wir nicht nehmen. Zwölf, sechs, ööö, geht nicht mehr. In Stufe 50 gehst du raus zur Gilde und holst dir einen Piraten-Säbel für 700. Ich kann nur noch Pastinaken anbauen, tatsächlich. So viel Geld will ich jetzt nicht mehr ausgeben. 700? Das ist doch nicht viel. Also als mit dem rostischen Schwert. Also 700 haben wir tatsächlich übrig, weil ich glaube ich so viel Pastinaken gleich nicht nehmen. Warum nicht? Du hast ja noch mehrere Tage zum Anbauen. Aber ich habe jetzt wieder schon wieder 30 Pastinaken und mehr als 30 will ich es nicht an einem Tag anbauen, weil das schaffe ich von der Energie her nicht. Ja, aber am Mittwoch ist doch eh Feiertag und dann kannst du doch jetzt schon Vorrat kaufen. Äh, der ist die Pastinaken, werden nur am 26. Hä? Und wir haben Montag und nicht Mittwoch und nicht Dienstag. Darunter, oder? Mach doch schon mal weiter, ich biss die Kinder noch eine Fleder, wobei ich ohne dich ist scheiße. Komm, wir sind die nächste Leiter. Benni extra Worten. Ah, fuck. Mann. Hau halt ständig daneben. Zack, 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 zack. So. 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 den nacken anbauen ich bin für monster kaputt und das viel wichtiger ich glaube wenn es unglaublich froh wenn endlich sommer ist immer keine personen mehr anbauen können da gibt es den nächsten kleinen scheiß es hätte gesagt wir brauchen fünf golde pastinaken das bereue ich eher ach so was brauchen wir denn als im sommer von davon auch irgendwas fünf goldene dinge ich gehe dann wieder bei den dinge die pinken dinge müssen wir geld investieren in den dings also die inzwischen eigentlich die cyberpunk gameplay angeguckt ich habe angefangen das ist wirklich geil sein wir was ein bisschen stört ist dass die gegner im ersten moment scheint sehr viel ausgehalten zu haben ja also das wird sowieso wieder ähnlich wie beim bücher scheint verschiedene schwierigkeitskarte haben ich hoffe es wird ein gutes spiel das problem ist wenn man sie an der witcher misst das wird dann unter umständen enttäuscht sein deswegen bin ich ein bisschen positiv vorsichtig vorsichtig optimistisch ich messe sich einfach davon aus dass es geil wird ich hoffe auch aber das problem ist wenn ich jetzt zu halten lässt dann wird man enttäuscht sein das so ist der punkt ich habe eine zwergenschrift rolle gefunden ok das ist das eisenerz der auto zu machen dass die schrift rolle die kannst du den typen in der hand händler gewesen sein es geht aber doch eigentlich auch an bunter oder es geht auch an bunter ja ans museum spricht hier mit den spezialen namen als ob ich jeden kennen würde ich nicht leben würde ich bin nur zu besuchen weil die arbeit zu stressig war weiter und jetzt bist du hier irgendwie am hektar weise sachen bestellen ich bin gerade mal zur hälfte fertig mit gießen wenn du willst du meine alten stiefeln kommst du den vorbei ja meine kannst du das auch haben aber es gibt unten auch schon wieder bessere kommt man mit ein bisschen energie zurück wir müssen noch viel gießen ja ist okay ich komme schon die nagen ja bis zu einem gewissen grad zu verbocken ich gebe es ja zu zu verantworten nicht zu verbocken ich habe es verbockt und habe es zu verantworten ja aber nicht beides mixen jetzt wird es nicht wenn du zwei wörter auf einmal sagen willst du dann kommt totaler schwachsinn raus das kennen nur frauen das schwert hast du ja nutzt oder sie holt sich für 700 hier ich sage doch gold den blöden piraten sehen das sehe ich gar nicht ein aus den zehn level bestimmt sowieso wieder eine bessere stelle wir sind erst mal schlafen gehen ein bisschen energie regenerieren und ich muss das essen ich gebe das essen 21 uhr kann man was essen müssen meine körpern haben das haben wir denn hier noch rumliegen was man essen kann ich habe hier silber grün kohl ich würde im zweifel erstmal behalten wenn man wenn man die nur ein machen bis hier benny felix diesmal mit das wichtig ist wenn wir uns haben wir uns heute nicht geschafft schön ich bin gerade leicht überfordert dass du gießen sollst wenn wir jetzt nicht mehr gießen immer ein problem dann brauchen die sachen länger und da kommt zeug zum kaputt hauen aber oder ich habe kaputt und du gießt ich habe auch gleich keine energie mehr dann muss felix gießen naja ich werde erstmal geschlagen hier und scheiß soll ich irgendwas essen ja auch läuft bei uns grüne alten haben wir noch genug braucht kein mensch irgendjemand stück gleich ja noch angegriffen da ist ein zombie neben die lumi die zombies kommen wir müssen die sachen noch ließen habt ihr gegossen ja wir sind fertig okay dann kann ich jetzt auch endlich nach drinnen gehen gießt um euer leben weil es geht um alles ich gehe ins bett ja du baust dann erst mal ein ofen naja haben wir jetzt endlich genug kupfer erz wieder sehr schön dann baue ich ein ofen wer schläft noch nicht ich schlafe noch nicht warum auch ich gucke auf die uhr ja nur 40 zeitpunkt zu schlafen nee wir haben doch noch nie genug kupfer ich muss noch mal eine niedrigere ebene kupfer kommt später aber auch wieder also kein stress schlaf kindlein schlaf der vater ist ein schaf die mutter ist ein trampeltier was kann das arme kind dafür ich kann ein einmachgefäß herstellen wir haben 3000 ich kann einmachgefäße herstellen ja schön könnte man ja wir können dann noch mehr geld machen jetzt ist das sinn des spiels oder reich zu werden